Als eine von wenigen Institutionen im Kanton Zürich ist die Frauenklinik des Stadtspitals Weid und Trimli als stillfreundliches Spital von UNICEF zertifiziert. Die strengen Kriterien stellen sicher, dass wir das Personal laufend fort- und weiterbewinnen. Wir unterstützen aber auch sehr die Unterkindbindung und fördern das Stillen sehr. Die Abteilung hat zwei Stillberaterinnen im Haus. Ich bin eine davon. Wir begleiten vormittags das Personal auf dem Wochenbett und nachmittags haben sie die Möglichkeit, eine anbenannte Stillberatung wahrzunehmen. Das heißt, sie sind eventuell schon zu Hause und haben Probleme mit einem Nichtstau, zu viel oder zu wenig Milch. Dann haben sie die Möglichkeit, eine anbenannte Stillberatung wahrzunehmen. Wir unterstützen aber auch Frauen, die nicht stillen können oder nicht wollen. Und dann bekommen sie natürlich auch kompetente Beratungen in der Ernährung eines Kindes, auch alternativer Art und Weise oder auch gegebenenfalls im Abstillen. Das heißt, wir schaffen jetzt auch mehr einen Bein, mit dem wir beinigen, dass sie vielleicht auch ausprobieren, dass sie das tun nicht dann können. Und dann können wir wiederholfen und oder auch dich das tun. Und dann können wir jetzt einfach nach der Verwaltungketten und die Aussage nehmen. Dann können wir jetzt auch auf und dann einfach nach der Verwaltung kommen. Und dann können wir jetzt auch noch mehr so ausprobieren.